ja hallo und damit herzlich willkommen hier zum hotel renovator auf münsterland tv schön dass ihr bei seid ja ja partner so sogar 402 sind wir hier angefangen und haben drei bäder zwei schlafzimmer und nun wohnbereich hier einzurichten der regentag jetzt dass die stromausfall aber irgendwie glaube ich es nicht hier sitzt das mit dem regentag das 890 einmal wieder vier detaille und dann machen wir weiter mit dem zimmer so würde ich mal sagen wir stellen man die betten und hier vorne war noch schlafzimmer nix auswerfen noch nicht hier hier hinstellen gesagt hier haben wir in der reich der platz so ok ein sofa du passt das weise so ziemlich gut rein glaube ich wenn das schwarze in das weise so hinstellen brauchen wir gerne noch einen tv würde ich gerne hier an die wand noch die fernsehbereich die fernsehbereich und den schlaf hier verdammt was nicht vergessen so sofatische hier brauchen wir keins glaube ich geht mal so reden wir endlich an der seite so das Ja. Hm. Renne, no? Die komischen Regale, also warum die jedes Mal auf diese bescheidenen Regale hier so abwarten. Machen wir das weg. Die Badezimmer. Drei Badezimmer. Hier machen wir auf jeden Fall das hin. Drei Badezimmer. Drei Badezimmer. So. Das ist nur ein kleines. Dann kommt hier nur... Das Specken dahin. Jetzt auf einmal. Da können wir ja trotzdem noch ein Dusche hinpacken. Und dann hier das Specken. So. Wir gehen jetzt einmal den Strom wieder einschalten. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Aber nach unten. wir haben es auf 1 gestellt ist natürlich nachteil dass es dann jetzt auch kein ja letztendlich kein geld gibt noch schnell oder kein schönes geld aber wir haben 600.000 wo wir die ganze ausgeben das ist schon okay müssen wir auch noch renovieren ja auch aber es ist zumindest schon mal leer gemacht schön eigentlich ja hier ist übrigens wurde gefragt was man auf dem dachgeschoss finden sollen und das ist halt der regen jetzt zum pool glaube ich so um tresenlinie und man kann wieder hoch linienweg so jetzt aber auch gleich vermieten ist ja nicht mehr allzu lang aber ich habe auch jetzt aber auch kein essen hier ist das noch mal das große bad ja das sind mal recht eigentlich immer hier rein ok geht es weiter jetzt nicht ganz so schön so ganz so viel das ist zumindest von dem her hier schon nicht wir können noch mal nach dem müller ja egal und so weiter hier ja 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 ok jetzt aber auch hier schon beim licht immer schon hier jetzt druck aber die zinklose dekoration allgemein ok Und dann kann ich noch ein Bildern und pflanzen Richtung Schnittblumen Hm. Okay. Do you love them all? Hmm. Hmm. Ich weiß nicht, ob ich die Spiegel würde sagen. Hier noch einen, auf jeden Fall was. So, das läuft. Hier sollte auch auf jeden Fall ein Licht drüber. Hier haben wir auch. Muss man mal anschauen. Ja, es ist etwas schlicht, aber es gibt die 11K pro Nacht, auch nicht schlecht. Viel Spaß und angenehmen Aufenthalt. Guck mal, ob wir hier irgendwas schönes haben. Nehmen wir nichts. Und da geht's. Okay, wir müssen in Zimmer 201. Der Montag ist schon mal rum. Kurzes Wochenende auf jeden Fall. Kurze Woche. Langes Wochenende. Durch Ostern. Für viele halt auch viel Stress wahrscheinlich. So, zwei. So. Dann fahre ich wieder hoch im letzten Zimmer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nachher kommen wir uns zurück. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.